So viel ich weiß, oh Cäsar, haben nicht die Römer die Pyramiden erbraut? Gallia, kämpf um dein Leben! Bist du neu hier? Und ich und ich werde der Architekt sein? Was soll das heißen? Du hast drei Monate, auf den Tag genau, die Zeit läuft. Drei Monate? Aber, aber, äh, aber... Mit wie viel Überziehung? Wir brauchen magische Kräfte. Ja, genau. Ich weiß nicht, was da die gute Nachricht ist, aber ja. Papa erzählte mir oft die Geschichte von dem Druiden Miracula. Nein, nein, nein. Miraculie, glaube ich. Vielleicht was auf X? Rix. Asterix. Und das ist Obelix. Und der kleine Hund ist Idefix. Nein, Obelix, du bist in den Topf gefallen. Als ich noch klein war. Schon gut, wir wissen es langsam. Man hat wirklich den Eindruck, man hat es mit einem dicken Grobian zu tun. Wo ist hier ein dicker Grobian? Der kleine Gallia hat den Namen eines Helden. Schwarzeneggerix. Das ist los, das ist los, das ist los, das ist los. Das ist los.